Hallo, Servus, ich bin der Martin Weber, seit 15 Jahren Bürgermeister der wunderschönen Markt Gemeini Tischen. Gemeinsam konnten wir in den letzten Jahren sehr viel umsetzen, sehr viel Positives für Tischen verwirklichen. 85 Prozent von unseren alten Programmen haben wir auch erledigt, aber ab jetzt geht es um ein zukunftsstarkes Tischen. Wir wollen Tischen noch lebenswerter machen, zukunftsfähig machen. Stellvertretender Venium möchte ich unser Freibad-Projekt. Unsere Freibad-Tischen wollen wir noch attraktiver machen, als Wohlfühl Freibad für unsere Kinder und Familien ausbauen. Wir wollen ein prähistorisches Museum errichten, das unsere Urgeschichte erzählt. Wir wollen den Ortskern beleben. Im ehemaligen Dolkhaus haben wir das Projekt schon gestartet, damit wir unseren Ortskern beleben. Und ganz wichtig sind natürlich auch mein politisches Netzwerk in Graz für Tischen nützen, für Tischen weiterhin sozusagen hohe Landesgelder nach Tischen holen. Aber eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass ich eine starke Unterstützung aus der Bevölkerung habe und darum bitte ich Sie am 22. März Tischen und mich als Bürgermeister zu stärken. Ich lade Sie ein, mit mir ein Stück des Weges zu gehen, mit Herz und Verstand zum Erfolg. bis zum nächsten Mal.